Grüß euch beinahmt, wir sind die aktuellen Wittebreiter Feuerwehr Nachrichten. Heute fängt im Feuerwehrhaus Berichten der Brei und der Lucke. Grüß euch. In Wittebreit gibt es heuer ein Riesenfest, bei dem es 150-jährige Bestehen von der Wittebreiter Werkfeier wird. Agi tut es am 8. Juli mit der Blaulichtparty, wo es höchstwahrscheinlich richtig süpfig runtergeht. Vermutlich sind manche Leute froh, dass sie eine Woche vor Schnaufspause haben, bevor es am bayerischen Abend am 15. Juli mit den Schönbergern und einem schönsten Feuerwehrmann, einem Stöckl Wickerl, nur einmal richtig ähneln wird. Gipfeln tut das Fest an einem Tag drauf am 16. Juli, wenn die Wären, Vereine und Bürger miteinander feiern. Davor dürfen wir uns die aktuelle Verkaufslage anschauen. Momentan liegt bei der Grundschule im Wittebreiter Stau-Meldung vor, die durch eine Werbeaktion verursacht wird. Schauen wir uns das vor Ort einmal an. Wir sehen können, es lässt sich der Staugrohr auf und der Werbe-Bulloch-Fotorichtung Festhalle weiter, um die fleißigen Feuerwehrleute zu den ersten Aufbauwerten zu bringen. Wir sehen können, es sind die Vorbereitungen für das Fest schon vollkommen. Wir sehen können, es ist die Vorbereitungen für das Fest schon vollkommen.